Tja, hallo mein lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder euer Avenger und ja, ich habe heute was ganz besonderes vor. Ihr seht ja meine weihnachtliche Location und wir haben den ersten Advent, aber irgendwas fehlt da noch. Aber Siggi, die erste Karte wird heute angezündet. Machen wir doch gleich. Och nicht schon wieder. Ruft schon mal die Feuerwehr. Verdammt. Tja, heute zum ersten Advent möchte ich etwas ankündigen und zwar mein YouTube-Kollege APF Stelzer macht wie jedes Jahr zu Weihnachten. Eine kleine Charity-Aktion und zwar er möchte der Kinderkrebshilfe spenden, indem er einfach eine Autopflege verlost oder ein paar Artikel dieses Mal. Zusammen, es ist soweit. Ich starte dieses Jahr jetzt mit diesem Video zum 1. Dezember meine Charity-Aktion 2017. Diese wird jetzt 22 Tage laufen und wer mich ja schon so ein bisschen länger verfolgt und auch so ein bisschen kennt und so ein bisschen auch schon meinen YouTube-Kanal über eine längere Zeitspanne schaut, weiß, dass ich das eigentlich jedes Jahr mache. Und habe dieses Jahr aber gesagt, ich will das in einem wesentlich größeren Umfang machen, mit wesentlich mehr drum rum und über eine längere Zeitspanne auch. Dann das Liederbatt daran, der schon mal sowas mit Kinderkrebs in der Nähe so zu tun hatte, auch im Bekanntenkreis, der weiß, dass man da einfach was tun sollte. Ich finde es eine mega geile Aktion. Ich würde euch bitten darum, einfach mal mitzumachen oder einfach mal vorbeizuschauen. Ich werde sein Kanal unten in der Videobeschreibung und das Video auf jeden Fall mal verlinken, hier oben auch in der Infobox. Und ja, wäre schön, wenn ihr eure Eltern mal darauf aufmerksam macht. Vielleicht brauchen sie ja für ihr Auto oder für euer Auto selber einfach mal eine kleine Rundaufpolierung für nächstes Jahr im Sommer, wenn die Kiste dann wieder glänzen muss. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen und jetzt kommt noch eine kleine Aktion und zwar, ich möchte mich diesmal daran beteiligen. Nicht nur mit einem Video, sondern auch mit einer kleinen Donation von mir, denn alles, was mir ab heute, also was mir heute gespendet wird, bis zum 23, bis die Verlosung ist. Übrigens, wer es nicht weiß, die Donation-Page ist unten in der Videobeschreibung noch einmal verlinkt für euch. Da könnt ihr euch die halt, ne, die Spenden da lassen und so nicht. Und davon gehen 30% an die Kinderkrebshilfe, um meinen Kollegen, also meinen Freund zu unterstützen in dieser Sache, weil ich es dann einfach eine mega geile Aktion finde. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auch auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, was es alles so gibt, einfach mal teilen würdet, eure Freunde darauf aufmerksam machen und ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Schaut bei ihm vorbei, wenn ihr vielleicht eine kleine Aktion und ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Das war es auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen traumhaften ersten Advent. Es wird jetzt jeden Advent, wie jedes Jahr, ein Video dazu geben, auch diese kleinen Komplikationen mit Weihnachtsgeschenke einkaufen und Weihnachtsmärkte. Vielleicht wollt ihr auch mal ein Video sehen, wie ich Glühwein mache. Würde mich mega drüber freuen, wenn ihr da unten in den Comments einfach mal was reinklatschen würdet. Ja, und ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. That's what I'm do. I'm do it for you. Und für die Kindergräbshilfe. See you next time, euer Avenger. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus alle, Schwede. Was? ich